Einfach cool, das ist nicht nur der Slogan vom Transportunternehmen Tourtrans, sondern auch Ihr neuer Kundenportal mytourtrans.ch. Es ist ein Webportal, wo die Kunden ein Login bekommen und dort können sie sich einloggen, sie können ihre Aufträge erfassen. Früher sind die Aufträge per Mail oder per Telefon einfach so ein bisschen unstrukturiert reinkommen. Dessen haben die Angaben gefehlt und jetzt haben ein Mittel mit mytourtrans, das die Aufträge vom Kunden strukturiert wird, auch erfasst wird mit den Angaben, die man braucht. Bei diesem Projekt haben wir unsere langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Kundenportalen und unser Know-how im Transportwesen perfekt einfliessen lassen. Der Vorteil ist auch, Sie sehen dort den Status, Track und Preisstatus. Sie können dort reingehen, können den Verlauf sehen, dass es abgeliefert wurde. Aber auch, Sie haben dann die Lieferscheine hier oben, wo Sie die Lieferscheine anschauen können. Sie können dort drin auch Ihre Rechnungen, wenn es so läuft, kommen jetzt die Rechnungen über, wo Sie im Portal anprüfen können. Es ist eigentlich so ein Portal, wo alle Ihre Sachen dann holen und überkommen. Eine der grössten Herausforderungen ist die Schnittstellenanbindung als ERP-System von Tourtrans. Das heisst, dass Aufträge vom Kundenportal direkt als ERP-System von Tourtrans geschickt werden und auch wieder zurück synchronisiert, dass man online den aktuellen Stand der Lieferung sieht. Wir von Xapido bedanken uns bei der Firma Tourtrans für die wortwörtlich coole Zusammenarbeit und freuen uns darauf, das Kundenportal gemeinsam weiterzuentwickeln.